wo leute was geht und willkommen zu einem video auf den general ich bin sami lilos und heute sprechen wir über einen thema und zwar heute geht es darum wann ich einen komplex starte und ob ich überhaupt einen komplex starten werde also ich sag mal so ich habe jetzt endlich eine gator und es wird ich habe schon lange geplant damit aufzunehmen und jetzt habe ich es endlich also werde ich diesbezüglich wieder youtube bringen weil es macht wirklich spaß damit zu streamen ich habe gestern auch ein bisschen test streams gemacht und es ging eigentlich voll fit ich war voll zufrieden komplett zufrieden und ja ich habe jetzt beschlossen wieder youtube zu bringen ich werde vorsichtig drei spiele bringen und zwar zu meiner rote immer ist warum und was berg bros und pokémon überlieben also nur rote unter dem stoppen seht ihr wahrscheinlich background gameplay bin grottenschlecht also wundert euch nicht ich habe mein bestes versucht aber ich bin wirklich grottenschlecht ich spame nur deshalb ja bitte hält mich nicht der comeback wird was auch rostlich morgen oder übermorgen starten ich habe schon richtig bock drauf ich hoffe aber auch bock drauf also ich habe zwar jetzt 30 jahren kein richtiges video gebracht aber jetzt werde ich wieder normal anfangen also wie gesagt ich hoffe auf jeden fall dass ihr euch freut und ja das habe ich eigentlich gar kein thema so dabei noch so dabei deshalb ich jetzt das video beende viel dafür aufmerksamkeit und bis zum nächsten video und ja vergessen zu sagen natürlich gönnt euch noch das restliche gameplay und dann sehen wir uns auf jeden fall morgen wieder oder übermorgen mal sehen und bis dennne tschau also so Untertitelung des ZDF, 2020